Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leinbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema der Sinn des Lebens. Ja, der Sinn des Lebens, hoch aufgehängt. Auch wenn heute Sonntag ist, wo ich den Podcast aufnehme, so werde ich doch jetzt keine Rede zum Sonntag halten. Ich weiß aber, dass das letztendlich eine Frage ist, die direkt und vor allem indirekt viele Männer bewegt. Eine Sinnhaftigkeit in ihrem eigenen Leben zu suchen. Okay, niemand stellt sich vielleicht direkt die Frage, setzt sich hin und denkt nach, was ist der Sinn des Lebens? Da gibt es einige, die gehen nach Indien in einen Ashram, die machen den Jakobsweg, die machen Vision-Quest-Seminare, gehen in der Natur oder machen andere Seminare, Meditationspraxis, gehen in ein buddhistisches Zentrum, wie auch immer, um da schon nach einer Sinnhaftigkeit zu suchen. Auslöser ist aber meistens dann nicht etwa allgemein die Frage, was ist der Sinn des Lebens, sondern immer eine, in der Regel eine tiefe Lebenskrise. Zumindest ist das meine Erfahrung. In einer Situation, wo vieles zerbricht, wo eine Ehe zerbrochen ist, ein großer Traum meiner Familie zerbrochen ist, ein Job gekündigt wird, die Firma insolvent ist, eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde, der Vater gestorben ist, ein guter Freund ums Leben gekommen ist, ein Zerwürfnis in der Firma oder im Freundeskreis, was einen sehr mitnimmt. Das sind oft Gründe, dass man persönlich an Grenzen kommt, dass man teilweise depressiv wird, dass man eine Sinnhaftigkeit nicht mehr erkennen kann in seinem Tun, dass die ehemalige oder eigentlich die Sinnhaftigkeit, die getragen hat, nicht mehr greift. Der Glaube an die Familie ist kaputt, der Glaube an die Firma ist kaputt, der Glaube an Freundschaft wird zerstört, wie auch immer. Und das ist für viele dann ein Schmerzpunkt, ein sehr tiefer Schmerzpunkt, eine tiefe Krise, die ein Auslöser ist, auf die Sinnsuche zu gehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die, ich sag mal, sich von sehr früh an nicht damit zufrieden gehen mit dem Äußeren, was unsere Gesellschaft immer mehr bietet an Konsum, an Ablenkung, an Spaßfaktor und an sozialem Likes und Bestätigung sammeln für das eigene Ego. Eigentlich gehört die Phase in der Jugend dazu, wo die Seele Flügel bekommt, wo man eigentlich auf die Suche geht, nach einem etwas tieferen, nach einem Sinn sucht, sich mit Philosophie beschäftigt, sich mit Dingen beschäftigt, die die Gesellschaft, ja, ich sag mal, im Inneren zusammenhalten, dass man selbst einen Platz im Leben sucht, eine Berufung sucht, etwas sucht, wo man, wo man etwas Sinnvolles machen kann und irgendwas verändern kann für sich. Nicht nur für sich selbst realisieren, also Selbstverwirklichung, das ist das eine, aber auch etwas Sinnvolles in die Welt zu geben. Zumindest ist es ein natürlicher Impuls in der Jugendzeit, in einer Sturm- und Drangzeit, Rebellionszeit, man gegen die Werte rebelliert, gegen das gesellschaftliche System rebelliert. Ich weiß, wovon ich rede. Diese Liebhaberphase habe ich exzessiv ausgelebt damals. Ich war auf jeder Demo, ich habe gegen Atomwaffen demonstriert, gegen Häuserspekulationen demonstriert, gegen Waldabholzungen, gegen Atomkraftwerke und so weiter. Ich habe da nichts ausgelassen und mit einem Traum von einer besseren Welt, einer heileren Welt in der Welt, ohne Krieg und ohne Umweltzerstörung, sozialer Gerechtigkeit und so weiter. Das sind Werte, die viele Jugendliche haben, wenn sie nicht zu früh einfach auf die Konsumschiene gedrängt werden, was heute durch die digitalen Medien immer mehr passiert. Also einfach eine Ablenkung auf Konsum, auf äußere Bestätigung, Produkte, Konsumgüter zu erlangen, einen gewissen Status zu erlangen und in den sozialen Netzwerken, dadurch, dass man Markenklamotten trägt oder irgendwie in ist, Likes und Anerkennung zu bekommen. Und das ist traurig, wenn sehr früh schon eigentlich eine, ich sage mal, eine Ablenkung im Außen passiert, bevor man seine eigene Seele, sein eigenes Ich gefunden hat, wovon man eigentlich ja etwas von sich verwirklicht hat, auf die Suche überhaupt geht nach sich selbst, nach seinem Platz im Leben und seinem Platz in der Welt. Wenn das sehr früh schon, ich sage mal, gestört wird, abgelenkt wird, durch ein oberflächliches Elternhaus, durch Lehrer, die solche Fragen nicht stellen, durch fehlende Mentoren und durch einen massiven, ich sage mal, den wir heute haben, einen massiven Einfluss der Konsumindustrie, der Großkonzerne, die uns permanent digital und audiovisuell bombardieren. Das hat es früher so nicht gegeben. Da gab es drei Fernsehkanäle, bei uns in Schwarz-Weiß und die haben zum Zehnern oder im Elf ausgeschaltet, weil das Sendebild, das war es. Internet, Smartphone und so weiter gab es nicht. Da hat vieles gefehlt. Ich will das nicht schlecht reden. Es ist vieles super. Den Podcast, den hättest du auch nicht so einfach hören können jetzt. Da gibt es viele Vorteile. Das Problem ist aber das der Ablenkung und man verliert den eigenen Fokus auf sich selbst und die Suche nach einer eigenen Sinnhaftigkeit im Leben. Und diese Ablenkung ist halt mittlerweile so perfekt geworden und so vielfältig, dass es eben schwerfällt. Wer als Jugendlicher sich nicht davon lösen kann, als junger Mann nicht schon gelernt hat, so sein eigenes Ding zu machen, mal diese digitale Welt auszuschalten, mal sich Fragen zu stellen, nach innen zu gehen, dem haut das irgendwann alles um die Ohren, diese Sinnlosigkeit. Der hat dann irgendwann sein Traumhaus und seine Traumfrau und Traumfamilie und Traumhund und Traumauto und Traumjacht und irgendwann knallt es und es gibt einen äußeren Knall, dass ihm das um die Ohren fliegt. Oder es implodiert nach innen. Das heißt, du sitzt irgendwann in deinem Marmorbüro mit der hübschen Sekretärin und dem Blick über die Stadt und den tollen Umsatz und deinen Maserati in der Garage und fragst dich, ich stelle irgendwelche Scheißprodukte her, die die Welt nicht braucht, mit irgendwelchen Vollidioten von Kunden und das soll ich jetzt noch 30 weitere Jahre machen? Wofür? Eine weitere Yacht, einen Jethubschrauber, eine Insel kaufen? Ja, was soll das? Du fragst dich, du liegst neben der Traumfrau, die deine eigene Frau ist seit Jahren im Bett und es tut sich nichts. Ja, und du hast nur noch Routine-Sex und fragst dich, ist das jetzt, war es das jetzt sexuell schon? Ja, dein emotionales Leben ist irgendwie eingefahren, das funktioniert alles, aber du bist innerlich leer, weil du diese Sinnhaftigkeit für dich nicht gefunden hast und ich habe viele Männer, die zu mir kommen, Männer, die auch viel erreicht haben im Leben, charismatische Männer, tolle Männer auch, die man sehr bewundern kann und die wirklich auch tolle Kerle sind, die beruflich viel erreicht haben und umgesetzt haben, in der Gesellschaft bewegt haben, nicht immer auch gute Produkte, aber nicht immer sinnvolle Sachen, aber erst mal vom Image her, vom Ansehen her, vom Bankkonto her sehr viel erreicht haben und das muss man respektieren, das ist ein Wert, das ist eine Leistung, die man nicht geschenkt bekommt. Und diese Männer, wenn die diese Phase nicht hatten, einer Sinnsuche, die Phase nicht hatten, wirklich nach innen zu gehen und zu gucken, was ist meins, was ist meine Berufung, was ist mein Platz in der Welt, was, wie kann ich mich selbst auch verwirklichen, was bringe ich ein, wo ich mit Leidenschaft und Herzblut dabei bin, was würde ich tun, ohne die ganze gesellschaftliche Anerkennung, ohne die Applaus, ohne die, ohne das Honorar oder das hohe Gehalt, was würde ich unabhängig davon tun, weil es mir ein persönliches Anliegen ist. Wer diese Fragen nie gestellt hat, den holt es irgendwann ganz dicke ein. Zumindest die, die ein bisschen Sensibilität, ein bisschen Zugang zu sich selbst haben. Es mag Leute geben, die das nicht haben, okay, die leben im Außen und leben an der Oberfläche und gehen nicht tiefer, klar, die gibt es. Aber es gibt doch viele, die eine gewisse Intelligenz haben und die eine Sehnsucht haben. Ich glaube, das ist jedem Menschen zur eigenen Sehnsucht, etwas Sinnhaftes, Sinnhaftiges in seinem Leben zu tun, einen Beitrag zu leisten und nicht einfach nur Erfolg zu haben, Anerkennung zu haben. Irgendwann knallt dir das um die Ohren und du fragst dich, was soll das Ganze, was soll der Scheiß? Und Menschen werden dann depressiv bekommen Burnout, provozieren einen schweren Unfall oder oder. Das sind Dinge, wo es dann den Weg nach innen beginnt. Wie gesagt, es gibt Menschen, die sehr früh anfangen. Ich selbst gehöre dazu. Ich habe diesen Umweg eigentlich nie gemacht, Gott sei Dank. Oder besser gesagt, meinen Mentoren, Therapeuten, Lehrern sei Dank, die ich schon früh gesucht und getroffen habe und die mir geholfen haben, nicht im Außen viel zu erreichen. Das habe ich mittlerweile, ja. Aber ich sage mal, die ersten 20 Jahre, 15 Jahre meines beruflichen Werdens, habe ich immer mit sehr, sehr wenig Geld gelebt. Sehr bescheiden. Und habe etwas getan, was mir am Herzen liegt und nicht, um Geld zu verdienen und Anerkennung zu kriegen und Image aufzusammeln. Das ging mir immer um die Inhalte, die ich vermittelt habe. Und ich musste immer von leben, ja. Aber das war alles an zweiter Linie. Wir haben irgendwelche neuen, schicken Autos oder ein eigenes Haus. Habe ich mittlerweile immer noch nicht. Oder, keine Ahnung, Luxusreisen in Luxushotels oder Markenklamotten. Das alles war mir nie und ist mir auch nicht wichtig, wirklich. Ich habe andere Dinge, die mir wichtig sind. Und das habe ich sehr früh erkannt, zum Glück. Und deshalb habe ich meinen Weg sehr, sehr früh. Schon mit 16 habe ich das erste Meditationsseminar gemacht, mit 17. Ich weiß noch, bei den Falken. Und die haben so einfache Dinge gemacht. Meditationen, Rollenspiele, Dinge, die wir auch, die ich heute auch mache. Aber natürlich mehr für Jugendliche. Und mit 21 meine erste Therapiegruppe schon. Als junges, ganz, ganz junges Küken. 10, 20 Jahre jünger als die anderen. Mitgemacht. Und ich war die ersten 10 Jahre, da war ich immer der Jüngste, war immer das Küken. Und da habe ich mein ganzes Geld, was ich irgendwie verdient habe, für ausgegeben, für Therapien, für Weiterbildung, für Fortbildung. Letztendlich eine Sinnsuche auch. Wer bin ich? In die Tiefen zu gehen, mich zu erkennen, in allen Schattenseiten, in allen Perspektiven, spirituelle Seminare. Nach Indien gereist, mit 2021 dort im Ashram gewesen, auf der Suche in Sri Lanka gewesen, in Tibet gewesen, Südamerika bei den Schamanen. Ich habe, ich sage mal, alle so Ausbildungen gemacht, die man im europäischen Markt zumindest damals machen konnte, im Sinne von buddhistischen Retreats, buddhistische Einweihungen hoher Lamas auch bekommen, die Praxis gemacht, im buddhistischen Weg gegangen, im Tantra sehr, sehr viele Dinge gemacht und hinduistischen Weg auch verfolgt. Bioenergetik, also die klassischen Körper-Psychotherapien, wie Atemtherapie, Bioenergetik, Gestalttherapie, Ausbildung gemacht. Gefühlszentrierte Gruppenarbeit gemacht, natürlich die ganzen Gesprächstherapie-Methoden durch NLP etc. pp. Es ist jetzt müßig, alles aufzuzählen. Es ist noch viel, viel mehr. Dafür habe ich mein ganzes Geld ausgegeben. Da hätte man locker ein sehr schickes Haus, wahrscheinlich eine Villa verkaufen können. Aber sorry, ich wohne in meinem gemieteten Haus lieber mit all dem Wissen, mit all den Ausbildungen, mit all dem, was ich da für meinen persönlichen Weg ausgegeben habe. Das ist mir zehnmal lieber, als wenn ich jetzt in einer großkotzigen Villa sitzen würde und irgendwie noch der verklemmte, verstörte, auch teilweise arrogante, wenig innerliche Mann, der ich mit Anfang 20 war, heute noch zu sein. Ich bereue nichts. Ich bereue nicht eine Minute und nicht eine Mark und nicht einen Euro davon. Nicht, dass alles gut gewesen wäre, klar. Es gibt Fortbildungen, es gibt Ausbildungen, es gibt Seminare, die sind einfach unterirdisch schlecht. Und der Leiter ist eine Katastrophe. Ja, auch sowas habe ich mitgemacht. Ich bin aber sehr stolz darauf, dass ich nie etwas abgebrochen habe in meinem Leben. Denn auch da kann man etwas lernen. Und wenn es nur ist, dass du im Negativen lernst, dass du weißt, nie über meine Leiche würde ich so etwas in meinem eigenen Seminar machen. Und um wirklich gut zu werden, würde ich sagen, muss man schon mal 100 Seminare mitgemacht haben. Ich habe weit über 1000 mitgemacht. Aber ich sage, man muss schon einiges mitgemacht haben. Ich habe immer wieder Leute, die zu mir kommen, ich werde Coach, ich werde Therapeut und dann mache ich mal ein Wochenende oder ich bringe mir das selbst bei oder mache mal so eine kleine Ausbildung und dann bin ich Coach. Und dann kann ich nur ganz müde lächeln. Das ist wie, hast du mal einen Rundflug mitgemacht und jetzt wirst du Fluglehrer. Ja, sorry. Größenwahnsinnig. Hast mal eben irgendwie ein Medizinbuch gelesen und jetzt machst du Herzoperationen. Hast mit Bauklötzen gebaut oder Lego gerne als Kind und jetzt wirst du Architekt und baust Brücken. Toll. Ganz klasse. Größenwahnsinn. Bis zum Abwinken. Also Demot. Mal zehn Jahre selbst Therapien, Ausbildungen mitmachen. Bei fünf oder bei zehn verschiedenen Lehrern, Mentoren, großen Männern oder auch Frauen natürlich. Verschiedene Wege kennenlernen. Und dann kann man drüber nachdenken. Was man viel erlebt in diesen Seminaren, in diesen Fortbildungen, in spirituellen Kontexten, sind verschiedene Ansätze auf diese Frage, um die es hier geht, nach dem Sinn des Lebens auf der Suche zu kommen. Denn da tiefer zu kommen. Denn wenn du dich hinsetzt und nachdenkst, hast du es vielleicht schon mal probiert, bringt relativ wenig. Gut, wenn du einen Joint dabei rauchst oder andere Drogen nimmst, dann kommt vielleicht schon was dabei raus. Ob das nachhaltig ist, sei dahingestellt. Aber dann hast du tolle Erlebnisse, wie weit dich das dem Sinn eines Lebens näher bringen. Sei dahingestellt, habe ich als Jugendlicher alles gemacht. Da hat man den Sinn des Lebens, wenn man genug gekifft hat, erkannt. War nur am nächsten Morgen nicht besonders nachhaltig. Also das ist kein Weg, dich da hinzusetzen. Du brauchst also, musst dich aufmachen. Das ist eine Suche, die nach innen geht erst einmal. Den Sinn findet man nicht im Außen. Auch der Film vom Kubik hilft dir nicht weiter. Auch die Zahl ist nicht die Lösung. Es gibt auch, es ist schwer, eine Lösung im Sinne von einer kleinen Antwort zu definieren. Es ist eine Frage, die man über Jahre brennen hält nach der Sinnhaftigkeit. Der Frage, wer bin ich, die hängt damit zusammen. Letztendlich zum Beispiel Buddhisten gehen auf diese Suche, wer bin ich? Denn sie wissen, niemand weiß wirklich, wer er ist. Und diese Frage verdrängt man. Man füllt sie mit äußeren Dingen. Spirituelle Wege kommen immer auf diese Frage. Nach der Sinnhaftigkeit, die da vorsteht, ist die Frage, wer bin ich? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann ist es gut, in diese Richtung zu gehen. Aber du brauchst eben Menschen und du brauchst vor allem Lehrer und Methoden, Therapeuten, spirituelle Lehrer, die dich da weiterbringen. Ansonsten drehst du dich um deinen eigenen Bauchnabel. Das bringt nicht wirklich etwas. Außer Größenwahn, Arroganz und ein Grütschnabel, der anderen was erzählen will. Also man braucht Menschen, die diesen Weg gegangen sind, spirituelle Lehrer, Therapeuten, Coaches, die dieser Frage schon viele Jahrzehnte auf den Grund gegangen sind, die auch in einer anderen Lebensphase schon sind, andere archetypische Qualitäten verwirklicht haben, des Königs, des Weisen und nicht mehr in der Liebhaberphase sind. Diese Männer braucht man für sich, um weiterzukommen. Und die Buddhisten sagen eben, das ist die zentrale Frage. Wer bin ich? Wir wissen es nicht. Und diese Unsicherheit, mit der kann keiner leben. Deshalb füllen wir diese Frage mit Attributen, mit dem, was andere und sagen, wer du bist, was man mag. Das heißt, du füllst die Frage mit dem, was andere sagen, was toll an dir ist, was sie an dir lieben, was sie toll finden. Das bist du und alles andere bist du eben nicht. Und all die Eigenschaften zählt man dann auf, was man, seine Astrologie, Sternzeichen, seine Hobbys, seine Charakterqualitäten, seine Talente, seine Dinge, die man gut macht, Dinge, wo man gelobt wird für und alles andere lehnt man ab. Und dann sucht man Menschen, die diese Eigenschaften verstärken. Das werden dann die Freunde. Und die anderen, die die kritisieren oder ablehnen, werden deine Feinde. Und dadurch baut man ein Weltbild auf. Und das nennt sich im spirituellen Ego. Das heißt, du baust dir ein Bild auf. Ein äußeres Bild, wer du bist. Und wenn jemand dich fragt, wer bist du? Dann sage ich, ja, ich bin Björn und der Tantralehrer, der Männercoach, der die berühmten Bücher schreibt und der vier Kinder, vier Söhne hat und der gerne kitet und Sternzeichen Skorpion ist und so weiter und so fort. Dann kannst du Stunden erzählen, je größer dein Ego ist, kannst auch Tage erzählen, wer du bist. Und bleibst im Außen. Lässt keine Unsicherheit aufkommen, weil du hast ja so viel bekommen und Leute wie ich, die natürlich sehr viel Anerkennung bekommen, sehr viel Lob bekommen, sehr viel Feedback bekommen. Die können natürlich ein bisschen länger erzählen als andere, weil da einfach ganz viel an Ego aufgebaut wurde. Das ist nicht grundsätzlich schlecht. Ein Ego ist auch wichtig. Ein Selbstvertrauen, ein Wissen und so weiter und Dinge, die man anreichert in seinem Leben, wenn man weiß, dass es nur ein Ego ist. Wenn man sich nicht komplett damit identifiziert, wenn man weiß, all das wirst du alles wieder ablegen, es ist letztendlich nichts wert. So wie das Geld irgendwann alles nichts mehr wert sein wird. Nach der nächsten Währungsreform ist alles weg. Wenn man das weiß, ist es gut. Es ist Spielgeld und so ist es auch mit dem Ego. Das ist letztendlich auf der Sinnhaftigkeit nichts wert. Trotzdem wichtig. Trotzdem ist es wichtig, Geld zu haben und trotzdem ist es wichtig, ein Ego zu haben. Und man darf sich nicht ablenken lassen, was leider viele tun. Die Buddhisten sagen, geh tiefer. Geh nach innen. Die Insider. Insider sind die Buddhisten. Also nur nicht Buddhisten nennen Buddhisten Buddhisten. Buddhisten nennen sich Insider. Nicht falsch verstehen. Nicht ein arroganter Club, sondern Inside. Sie gucken nach innen. Die Sicht nach innen. Es wird nicht nach außen geguckt. Was bist du? Was hast du? Was kannst du? Von wem wirst du geliked? Welche berühmten Leute kennst du? Etc. pp. Sondern du gehst nach innen. Ich erkenne immer sehr schnell, wenn jemand zum Beispiel als Auftritt irgendwie, als Referent, als Seminarleiter oder sonst wie, ob das ein Insider oder ein Outsider ist, ist es jemand, der erstmal erzählt, wie berühmt er ist, wie viele Millionen Likes er auf YouTube hat und welche berühmten Leute er kennt und welche gesellschaftlichen Attribute hat, welche berühmten Fernsehsendungen er aufgetreten ist und Präsidenten erkennt. Dann weiß ich, es ist ein Outsider. Bei dem kannst du lernen, wie baust du dein Ego auf? Wie kannst du berühmt, reich und von allen gemocht werden? Gut. Wenn du das suchst, bist du da wahrscheinlich gut aufgehoben. Bei mir? Eher nicht. Insider erzählen das nicht, sondern bringen dir Dinge, stellen sich selbst eigentlich eher in den Hintergrund. Das ist mir bei großen buddhistischen Lehrern, das ist mir bei großen Männern, die ich verehre, aufgefallen. Die erzählen nichts über sich, weil sie wollen dich nicht ablenken mit dem, was sie sind. Auch gute Therapeuten halten sich da zurück und wollen nicht Projektionsfläche sein, wollen nicht, dass man ihnen nacheifert, sondern wollen dich auf den Weg zu dir bringen, dass du deins realisierst und nicht ihnen nacheiferst. Und wollen auch nicht, dass du reich, berühmt und sonst was wirst und Berühmtheiten kennst und dich darüber definierst, sondern wollen eher dir zeigen, dass das alles wertloses, vielleicht nicht, aber ein Spielzeug ist. So wie in Maserati, nettes Spielzeug, würde ich mir nicht kaufen. Hab einen Freund, der hat einen, nicht mal mitgefahren. Ja, ich mag Yoga, aber im Auto in Yoga-Position und immer so tief von unten hochgucken und nee, ist nichts für mich. War schön mal ein Probefahrt, mache ich auch gerne mal wieder. Ist nett, aber ich kann mich mit sowas nicht identifizieren. Wenn du das suchst, okay, wenn das deine Inhalte sind. Aber wenn du tiefer gehst, dann musst du nach innen schauen und dann geht es darum, die äußeren Dinge in Frage zu stellen, mit denen du dich identifizierst. Auch gesellschaftliche Dinge in Frage zu stellen. Braucht man sein eigenes Haus? Braucht man eine gewisse Karriere? Was brauchst du wirklich? Ist es deins? Das kann man ja beschließen, dass man das alles gerne hat. Oder ist es einfach nur von außen? Brauchst du Markenklamotten? Oder, oder. Das ist die Frage für dich, die du entscheiden musst. Und das können leider viele nicht. Sie folgen einfach dem Mainstream und folgen dem, was in ist. Und das wird ja gerade unwahrscheinlich durch wenige soziale Netzwerke und die gleichgeschalteten Mainstream-Medien sehr, ich sag mal, enge Bahnen gelenkt auch. Und wenn du da willst, dann, wie gesagt, gibt es Seminare für Leute, die das befriedigen. Wie werde ich Millionär? Wie werde ich berühmt? Wie habe ich Erfolg? Und so weiter. Das ist im Außen. Wenn du tiefer gehen willst und gucken willst, was macht mich persönlich erfolgreich? Was macht mich zu einem Menschen, der glücklich ist, der eine Sinnhaftigkeit im Leben hat? Der den Sinn für sich persönlich erkannt hat, den Sinn seines Lebens? Da kann ich dir weiterhelfen und da gibt es andere Lehrer auch, die dir weiterhelfen können. Und zum Glück hatte ich fast ausschließlich solche Lehrer. Die anderen haben mich eigentlich nicht interessiert. Schon wenn ich ein Video oder ein Buch von denen gesehen habe, dann habe ich gleich gemerkt, von denen kann ich nichts lernen, außer viel Blabla und aufgeblasenes Ego. Das wirst du bei mir nicht finden. So wie dieser Podcast eben auch ohne Werbung ist, meine Website ohne Werbung ist und ich eigentlich nicht viel Werbung mache. Ein paar Informationen gebe ich raus, natürlich. Man muss ja wissen, was ich anbiete und was wir machen. Aber dieses permanente Werben und auch Geld verdienen, damit man Produkte an den Mann bringt, sorry, das ist nicht meine Philosophie. Und mich tönt das immer ab. Ich mache sowas auch immer schnell aus. Ein Podcast, der mit Werbung anfängt, in der Mitte Werbung hat und damit aufhört. Dann denke ich, mein Gott, armer Willi, der hat es nötig oder der ist einfach nur an der Werbeeinnahmen interessiert. Also ich mache sowas in der Regel dann ganz schnell aus, es sei denn, ich habe ein berufliches Interesse und muss mir das oder möchte mir das angucken, weil es wichtig ist, aber dann mache ich es auch nur einmal. Nach innen gehen. Inside. Das finde ich sehr schön, den Begriff, den die Buddhisten geprägt haben. Insider werden. Also jemand, der lernt, nach innen zu schauen, einen Kontakt zu sich bekommt. Der das in Frage stellt, all die Attribute, die man gesammelt hat und die von der Gesellschaft und deinem Umfeld gelobt werden. Weil es ist ein falsches Bild. Und deine Freunde sind nicht einfach deine Freunde. Und deine Feinde sind nicht per se schlecht. Weil auch deine Feinde sind nicht per se böse. Die haben eine Frau, die haben Kinder, die haben Freunde, die haben einen Hund, der sie liebt. Also glauben nicht alle, dass die Feinde sind. Es ist wie ein Mäntelchen, das wir umhängen. Und in diesem Spiel leben die meisten von Zuweisungen und äußeren Attributen. Hey, das reicht ja, weißt du schon, du sitzt im Fußballstadion und brüllst in der falschen Kurve den falschen Namen eines, des falschen Vereins. Ja, dann hast du eben nur noch Feinde um dich. Ja, für manche reicht das ein, auf die Fresse zu kriegen. Ey, in Ländern, in der dritten Welt, ich muss ja gar nicht so weit gehen, nach Brasilien, da gibt es Banden, die haben sich zum Beispiel Drogenbanden, die sich kämpfen, auf ganz, ganz üble Art und Weise. Da gibt es viele Tote und ganz üble Massaker. Das ist gar nicht witzig. Jugendliche, junge Leute, da haben die dann Markenklamotten. Und alle, die Adidas tragen, gehören zu der eine. Und die anderen, die, ich weiß jetzt nicht mehr, was es ist, Nike zum Beispiel tragen, gehören zu anderen Bande. Da musst du einfach nur in der falschen Gegend mit einem Nike-T-Shirt oder Schuhen rumrennen, da bist du tot. Ja, hört sich lustig an, ist natürlich nicht lustig, wenn du da hergehst. Ja, also Markenklamotten können gefährlich sein. Deshalb in Brasilien lieber eine deutsche Marke, die keiner kennt, tragen oder so oder eine chinesische. Da hast du kein Problem. Ja, Witz beiseite. Das ist natürlich tragisch, diese primitive Art, die macht es aber einem deutlich. Natürlich. Natürlich sagst du, Gott, sind die primitiv. Aber frag dich mal wirklich, wie ist denn das hier? Wir machen das einfach sehr viel komplexer und intelligenter. Ja, ein Businessman, der einfach, stell dir vor, der einfach Billig, Billigschuhe von irgendeinem Billiganbieter anzieht für 50 Euro. Ja, wird der ernst genommen, der eine Imitat-Billiguhr vom Aldi trägt. Ja, was würdest du von so jemandem im Management-Bereich, der mit einer alten Rostlaube ankommt? Ja, zum Beispiel von Auto. Und, und, und. Ja, da merkst du, das ist nicht viel anders. Es ist ein bisschen auf einem höheren Niveau, ja, aber es ist, letztendlich geht es genauso. Und der wird natürlich nicht abgeschossen. Natürlich erschießt man den nicht hier, aber der wird halt beruflich abgeschossen. Der wird komplett ignoriert. Es ist feiner, es ist kultivierter, aber dieselbe äußerliche Haltung ist dahinter, nämlich eine Identifikation der Personen mit äußeren Attributen. Und das, ist mein Eindruck, nimmt zu in dieser Welt, weil wir diesen permanenten Konsum, diese permanente Beschallung durch Werbung, diese permanenten digitale Präsenz einfach da haben. Die Sinnsuche. Du musst jetzt kein Buddhist werden. Der buddhistische Weg ist gut. Da gibt es viele, viele Schulen, die unterschiedlich sind. Und sehr formelle Dinge gibt es auch. Es ist alles sehr langwierig. Es ist viel, ich sag jetzt mal böse, meine spirituellen, meine buddhistischen Lehrer mögen mir das verzeihen. Ein bisschen Folklore ist dabei. Ja, diese ganzen Gottheiten, die Visualisierung, das Ganze ist aus einer tibetischen, wenn wir über den tibetischen Buddhismus reden, das tue ich hier aus der tibetischen Sichtweise. Das ist daraus erwachsen. Das ist uns erstmal auch sehr fremd. Nichtsdestotrotz, man kann sich da reinarbeiten, aber man muss viele Jahre intensiver Praxis rechnen, um überhaupt irgendwie mal da Zugang zu bekommen. Das ist ein langer Weg, aber ein Weg, den ich sehr verehre, den ich gegangen bin, auch im Zen. Der ist hart, der ist nicht leicht und da möchte ich nichts Negatives darüber erzählen, außer, dass es eben sehr langfristig ist, wenn man sich da einlässt. Und das ist doch erstmal unserer Kultur recht Fremdes. Da gibt es also einfach Witz erzählen, da gibt es eigentlich kein Witz, aber es gibt eine Praxis, die hat dann ein spiritueller, ein tibetischer Lama gesagt, das ist eine Einweihung hier. Die hat also grandios, sie ist stark und machtvoll und da wird überliefert. Diese Einweihung ermöglicht dir bereits in sieben Inkarnationen die Erleuchtung zu erlangen. Und da habe ich dann gesagt, naja, ich habe es ein bisschen eiliger. Geht es nicht schneller? Heute ist es so, wenn ein Teilnehmer sagt, ja, da musst du ein Jahrestraining machen, das hat sieben Seminare. Dann sagt er, wie? Sieben Seminare? Und dann? Nee, also das ist mir zu lang. Können wir das nicht in der Einzelstunde machen mal eben? Also sieben Inkarnationen, ja, in diesen Dimensionen rechnen, Buddhisten. Da muss man erstmal an Inkarnationen glauben, sonst bringt das ja eh gar nichts. Und es ist halt ein langwieriger Weg und für viele, glaube ich, eben schwer zugänglich. Das Entscheidende ist erstmal, die Sinnsuche, wenn du überhaupt einen Drang in dir spürst, tiefer zu gehen. Wenn es diesen Drang in dir gibt, auf diese Sinnsuche zu gehen, eine Sinnhaftigkeit in deinem Leben zu finden, dann musst du die äußeren Einflüsse erstmal abschalten. Du musst dich zurückziehen. Deshalb macht man klassischerweise ein Rückzug in die Natur, geht wandern, geht auf einem einsamen See rudern oder paddeln, keine Ahnung, segelt übers Meer alleine. Egal, du bist alleine mit dir und der Natur. Das ist eine gute Voraussetzung. Das sind ein bisschen extreme Sachen. Man muss das ja so extrem nicht machen, aber man muss sein Handy ausmachen und das Internet ausmachen und die vielen Stimmen außen ausmachen. Nach dem Stimmen im Außen geht's weiter. Dann kommt, wird dir erstmal bewahr, wenn es ruhig ist, dass der Krach nicht aufhört. Der Krach geht weiter und noch viel schlimmer, nämlich in deinem Kopf. Und wer anfängt mit Meditation, mit Stille, merkt, da oben laufen 20 verschiedene Sender gleichzeitig. Du hast alles, was du in den letzten Jahren gehört, gesehen, hast, läuft dort weiter auf Endlosschleife und du kriegst es nicht aus und du wirst verrückt dabei, wenn du nicht jemanden hast, der dir hilft. Und das ist alleine eben sehr, sehr schwierig. Du läufst in deinen eigenen Fallen. Dir selbst Meditation beizubringen. Sorry, größenwahnsinnig oder unrealistisch. Wenn ich jemanden höre, dann frage ich, ist Meditationslehrer, er bringt Menschen auf dem Weg zu sich, zur Sinnhaftigkeit, zu seiner Persönlichkeit. Da ist meine erste Frage, wer sind deine Lehrer? Und wenn er sagt, habe ich mir selbst beigebracht, dann behandle ich ihn so wie ein Arzt, der sagt, Studium brauche ich doch nicht. Alles selbst beigebracht. Dankeschön. Frag dich, was du von solchen Ärzten hältst. Würdest du dich da eine OP machen lassen? Alles klar. So kannst du das sehen. Das heißt, das Entscheidende ist, dass du Männer hast. Wir reden hier über Männlichkeit. Männliche Lehrer empfehle ich in erster Linie. Das heißt nicht, dass es nicht auch gute weibliche Lehrer gibt, aber als Mann ist in erster Linie auch für die männliche Identität wichtig, männliche Lehrer zu haben, die dir erstmal auch bei dieser Identitätssuche helfen, die geschlechtsspezifisch ist. Also wer bin ich als Mann? Ganz eigenes Thema. Mache ich vielleicht einen eigenen Podcast zu. Also du willst auf die Suche gehen und brauchst Lehrer, die dich in die blinden Flecken führen, die dich in Bereiche führen, die unangenehm sind. Du musst in bestimmte Extremsituationen kommen. Solange du mit deiner Liebsten im Arm leckerem Wein und Pralinen am Kaminfeuer sitzt, ist das eine rein philosophische Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Das ist ein bisschen ein Unterhaltungsprogramm. Du kannst am Fernseher machen. Du kommst innerhalb der Komfortzone nicht wirklich weiter, sondern du kommst dann weiter, wenn du an Grenzsituationen gebracht wirst. Deshalb gehen Leute durch die Einsamkeit, durch die Berge, wandern und so weiter. Da kommen auch körperlich, emotional an Grenzsituationen. Da an Einsamkeit, Ängste, Konfrontation mit sich, machen Wissenquests mehrere Tage und so weiter. Das sind alles Wege, die weiterführen, aber du hast da eben auch keinen Lehrer, der dich aus deinen Träumen, aus den Dingen rausholt. Und ich habe versucht, diese ganzen Dinge, die ich ja kenne, ich habe das ja alles gemacht, und zwar mehr als einmal, die praktikabler und kürzer zu machen, dass man nicht sechs Wochen Jakobsweg machen muss oder in die Anden fährt oder so. Das kannst du alles machen, ist alles super, aber es ist sehr aufwendig, finanziell, zeitlich und du hast eben auch da die Gefahr. Du hast niemanden, der dich führt. Du brauchst jemanden, der Führer ist für dich, der dich an die blinden Flecken führt, der dich aus deinen Räumen und deiner Komfortzone führt. Und das habe ich versucht, in praktikabler Form in die Seminare zu bringen. Das heißt, Menschen tiefer zu führen in diese Frage, in diese Schattenbereiche, in Grenzsituationen. Deshalb mache ich keine Programme, Seminarprogramme. Immer wieder werde ich gefragt, was ist denn das Programm, was sind die Inhalte? Ich sage, es gibt kein Programm. Ein Programm ist für Kleingeister. Die wollen ein Programm, es ist eine Fortbildung. Punkt A, B, C, die werden abgearbeitet. Ja, es gibt so Seminarleiter, die machen das. Dann hast du irgendwie, ja, das hat mir so viel gebracht. Ich habe jetzt laut geschrien und bin befreit. Ja, super, ist schön, kann man machen. Und wir haben ums Feuer getanzt und das war super. Ja, auch schön, kann man machen. Und so weiter. Das sind Programmpunkte. Du bist danach nicht jemand anderes. Die Frage nach dem Sinn geht tiefer. Wenn du dich dir wirklich stellst, bist du hinterher nicht mehr derselbe, der du warst. Das Ego muss sterben. Der Mann, der du jetzt bist, wird sterben. Der mit seinem Glauben, seinen Werten, an dem, was er eben festhält. Das, da muss einiges sterben. Und wenn du nicht bereit bist, dann mach Seminare mit Programmpunkten. Dann hast du neue Erkenntnisse und dann hast du, ja, was Neues erfahren und ein intensives Gefühl gehabt und eine intensive Begegnung gehabt. Alles gut, aber du bist immer noch der Alte. Wenn dir das reicht, bist du definitiv bei mir falsch. Das geht, dann macht, das sind kleine Wanderungen im Hügelland, die auch schön sind. Bei mir geht es um Extremtouren durch den Himalaya, die dich an persönliche Grenzen bringen und die dich immer wieder an die Frage bringen, wer bin ich wirklich in der Tiefe, wenn alles, alles abfällt. Was ist wirklich der Sinn für mein persönliches Leben? Wohin geht meine Reise? Was ist meine Lebensvision? Was will ich einmal hinterlassen, wenn ich tot bin? Oder noch weiter, was kann ich in der Welt bewegen, dass meine Enkel oder Urenkel es besser haben? Ich erzähle immer gerne eine Geschichte. Wir sind in der Läutermühle. Das ist eine alte Mühle, die gehört auch nicht uns, die gehört dem Eigentümer, mit dem wir befreundet sind, der die sehr, sehr aufwendig mit viel Einsatz hat renovieren lassen. Und das ist eine uralte Mühle in der Grenze zu Venlo hinter Mönchengladbach, Nettetal. Die kommt aus dem, glaube ich, 15. Jahrhundert ursprünglich. Das war ein technisches Highlight damals. Und da war ich dann zugegen. Da hat dann der Denkmalschutz dabei, höchste Auflagenstufe für den Denkmalschutz. Und der war dann dabei, als es um Umbauten ging. Und dann sagte er, die Mühle, da gibt es noch Kleinigkeiten, die man mal reparieren müsste. Ist alles nur Peanuts. Und dann läuft die noch. Ja, sag ich, wie die Balken und so weiter. Das ist alles verrottet. Ich dachte, die sind 500 Jahre alt. Die halten auch noch 500. Sag ich, wie geht denn das? Ja, im Wasser und in 500 Jahre. Stell dir das mal vor. Dann sagt er, wissen Sie, da gibt es einen Mühlenbauer, der hat die in das Moor eingelegt. War ja Moorgebiet früher. Die wurden eingelegt ins Moor und zwar 70 Jahre lang. Und dann werden die so durchgehärtet, dass die widerstandsfähig gegen alles sind. Sag ich, 70 Jahre? Ja, das hat jemand für seine Enkel gemacht. Erst mal schweigen. Geh mal, zu deinem Investmentberater und sagt, ich hätte gerne eine Investment, eine Geldanlage, die für meine Enkel ist. Die sich in 70 Jahren auszahlt. Der lacht sich tot. 70 Jahre kann er gar nicht denken. Schon sieben Jahre ist eine Langfristanlage. Ja, wir denken in Legislaturperioden, vier Jahren oder in Quartalsberichten in drei Monaten. Am besten Tagesgewinne. 70 Jahre. Das denkt kein Mensch mehr an sowas. Wenn wir Unternehmer hätten, wenn wir Führungspersönlichkeiten hätten, Politiker hätten, die daran denken, was machen sie, dass das für die Enkel eine bessere Welt gibt, dann würden wir in einer komplett anderen Welt leben. Sorry, Leute. Niemand macht sich da Gedanken drüber. Ich habe erst mal geschwiegen, habe da lange drüber nachgedacht und war tief beeindruckt. Jemand macht etwas, wo er persönlich keinen Gewinn hat, sondern eher investiert, weil das Holz muss ja geschlagen werden, bearbeitet, gekauft werden und eingelagert ins Moor werden und dann bewacht werden auch und so weiter. Ja, das macht ja erst mal eine Menge Kosten. So jemand gibt es nicht. In diese Richtung geht das. Sinnhaftigkeit finden. Ich selbst habe mich ja, wie gesagt, sehr früh auf diese Suche begeben und bin sehr, sehr dankbar, dass ich eben nicht im äußeren Besitztümer angesammelt habe und irgendwelche gesellschaftlichen Doktortitel gemacht habe oder sonst was hätte ich ja machen können, sondern immer die Seminare waren immer und die Ausbildung geprägt auf dieser Suche. Wer bin ich wirklich und was ist der Sinn? Was ist Sinnhaftigkeit? Was möchte ich der Welt geben? Wo habe ich meinen Platz? Und wenn man den einmal gefunden hat, das gibt eine Kraft, die ist unbeschreiblich. Ich habe mein Traumleben und meinen Traumberuf, meine Berufung, die ich lebe, die ich auch ohne Geld machen würde. Ich habe zum Glück in meinem Leben ganz selten etwas für Geld gemacht. Ja, ich habe mal Taxi gefahren als Student oder so, ja, mal gejobbt. Aber alle wichtigen Dinge von Anfang an, ja, mit Superlearning-Ausbildung, Lernberatung gemacht, die Superlearning-Kurse gemacht, wie man Leuten hilft, große Datenmengen ganz schnell zu lernen, an sich selbst zu glauben, über sich hinaus zu wachsen. Auch die Firmenkurse. Ich habe immer was gemacht, wo ich begeistert war. Ich dachte, da gebe ich den Menschen etwas, da helfe ich ihnen, über sich selbst hinaus zu wachsen. Und so ist das heute auch. Ich bin natürlich in einer prädestinierten Lage, ja, wenn ich die Gesichter sehe, schon am Ende eines Seminars, geschweige denn am Ende eines Trainings und sehe die Menschen, die wirklich nichts mehr mit weit über sich hinaus gewachsen sind. Die Fotos vom Einchecken im ersten Seminar und die Abschlussfotos sind zwei verschiedene Menschen. Ja, dann weiß ich, warum ich diese Arbeit mache. Ein Teilnehmer sagte mal, das fand ich sehr lustig im Abschlussfaring. Ich habe irgendwann bemerkt, dass die Gesichtererkennung bei meinem iPhone zwei Menschen aus mir macht. Einen vor und eine nach dem Training. Da kommen bis in das Physische hinein echte Veränderungen. Du wirst ein anderer Mensch. Das ist mein Anspruch. Eine Sinnsuche in der Tiefe macht einen anderen Menschen aus dir. Es stellt sich also die Frage, auch bei meinen Seminaren, wenn du die machst, willst du im Äußeren Dinge anhäufen? Willst du Programm machen? Willst du einfach ein bisschen im Äußeren was anhäufen? Also sprich, willst du einfach mehr Geld haben, mehr Erfolg haben, mehr Image haben, berühmt werden, eine tolle Frau an der Seite haben und so weiter. In einer tollen Gegend wohnen, die anerkannt ist, ein Markenauto fahren, was toll ist und Markenklamotten haben und 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 hippen, einen hippen Urlaubsort, hippe Sportart machen, dann bist du bei mir, sorry, nicht richtig. Weil das, was ich anbiete, geht drei Nummern tiefer. Ich biete etwas, wo es darum geht, das zu finden, was wirklich dein Lebenswerk ist, deine Aufgabe ist. Ich selbst habe die gefunden. Zum Glück, ich habe dir gesagt, sehr, sehr früh, Anfang 20 habe ich die letztendlich schon gefunden, Mitte 20 spätestens. Das ist extrem früh und deshalb bin ich so erfolgreich, weil ich diese Arbeit schon 30 Jahre jetzt mache und Menschen praktisch auf ihrem Weg begleite, in ihr Potenzial bringe und mich selbst parallel immer weiterentwickele. Es ist nicht abgeschlossen. Ich habe nicht eine Ausbildung gemacht oder eine Fortbildung, die ist abgeschlossen. Ich mache mein Leben lang Fortbildungen, Ausbildungen, lerne, suche Mentoren und Lehrer und habe Supervisionen. Das hört nicht auf, erst wenn ich in der Kiste liege. Das ist ein Weg, wie die Buddhisten sagen, zur Erleuchtung. Ich sehe das pragmatischer. Ich bin Psychologe und ich komme aus dem Ruhrpott. Ich verkaufe keine Erleuchtung. Ich verkaufe pragmatische Dinge. Ich kann sagen, seinem wirklichen Lebensaufgabe zu folgen, zu sehen, wie man Menschen hilft, sich zu befreien, über sich hinaus zu wachsen, Männer in ihre Kraft zu führen, auch Frauen letztendlich in ihre weibliche Kraft zu führen. Dass Menschen wirklich ihre Lebensaufgabe finden, ihr Lebenswerk verfolgen, das ist etwas, was man nicht mit Geld bezahlen kann. Das ist etwas, was ein tiefer Transformationsprozess bedeutet für die Menschen, die sich da einlassen, die auch bereit sind, vieles aufzugeben, an Werten, die auch Freunde verlieren werden, Bekannte verlieren werden dabei. Denn vieles fällt dann auch ab an Äußerlichkeiten. Die Wertesysteme sich verändern, wenn Menschen kommen zu uns, die letztendlich dazu bereit sind. Und das sind halt nicht so viele. Deshalb haben wir keine Massenveranstaltung. Deshalb lesen wir die Persönlichkeitsbögen, die Profilbögen durch. Und wenn wir echt den Eindruck haben, das passt nicht, da ist jemand nicht bereit, der will einfach ein bisschen äußerlich ein bisschen rumdoktern, dann sortiert das sich schnell aus, sag ich mal. Dann führe ich ein Gespräch und spätestens nach dem ersten Seminar merkt man dann, das geht viel zu tief. Da ist jemand nicht bereit, so tief zu gehen, so tiefe Fragen zu stellen und sich selbst so weit außerhalb der Komfortzone zu begeben. Deshalb ist das, was wir machen, nur für Menschen, die wirklich mit dieser Frage was anfangen können. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn meines eigenen Lebens? Es geht nicht um abstrakte Antworten, die Kirchen geben, dass man an irgendwas glauben soll. Ich bin nicht religiös, definitiv nicht, aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ein sehr pragmatischer spiritueller Mensch. Und ich halte nichts davon, Menschen, dass du an irgendwas glauben sollst. Esoterik halte ich überhaupt nichts von, da kriege ich die Krise, wenn Leute mir mit Esoterik kommen. Wenn irgendjemand sagt, meine Seminare wären zu esoterisch, dann kann ich in Rente gehen. Das ist fast noch schlimmer, als wenn jemand sagt, deine Seminare sind langweilig, dann gehe ich auch sofort in Rente. Hat sich noch nie jemand beschwert, dass es zu langweilig wäre. Dann ist Schluss, dann höre ich auf. Ich bringe Menschen immer an absolute Grenzen und in Grenzbereiche hinein, jenseits der Komfortzone, an existenzielle Fragen heran. Und das ist meine Lebensaufgabe und mein Job, den ich liebe und den ich unabhängig davon mache, wie viele Leute applaudieren, ob Leute mich anfeinden dafür, weil es gibt natürlich viele, die scheitern dabei, die merken, das geht viel zu tief und die da natürlich im Außen, denen sagen, der hat mich nur getriezt oder das ist doch Quatsch, was da passiert. Alles okay. Es gibt viele, die nicht tiefer gehen wollen, die mit diesen äußeren Attributen, diesen, ich sag mal, die Sinnfrage ist dann eben eine Marke, eine Automarke, was der Sinn des Lebens, einen Maserati zu fahren und in einem Viertel XY zu leben und eine Frau zu haben, die Modelmaße hat. Hey, okay, kein Problem, wenn das so ist, aber dann bist du bei mir falsch, wenn das die Dinge sind. Ich habe auch eine schöne Frau. Ich wohne in einer wunderbaren Gegend, auch wenn hier nicht hippe Leute wohnen, sondern die einfach toll ist, weil wir ein Naturschutzgebiet und den Reihen vor der Tür haben, meine Kinder da spielen können. Das sind meine Werte. Aber da ist nichts zum Angeben, die man mit neidisch machen könnte. Und mein Auto ist zehn Jahre alt und der fährt und gut ist, ein tolles Auto. Ich brauche kein neues Auto, damit Leute sagen, boah, der hat das neueste Modell. So ein Schwachsinn. Ich habe ganz andere Werte. Geht darum, die eigenen Werte zu finden und denen treu zu sein und sich erstmal zu lernen, unabhängig zu machen. Von der falschen Sinnhaftigkeit oder der äußeren Sinnhaftigkeit, die einem in den Medien, in den sozialen Netzwerken vermittelt wird. Und wenn du den Ruf spürst, wenn du merkst, ja, das hat Widerhall in mir. Ich suche meine Lebensaufgabe. Ich suche etwas, wo ich 100 Prozent von überzeugt bin. Das ist mein Lebenswerk und da bringt mich nichts und niemand von ab. Das hat eine Kraft. Wir haben auch viele Tiefschläge erlebt. Es waren existenzielle Dinge auch an Shitstorms, an Steuerprüfung, an finanziellen Situationen und so weiter, Seminarhäuserprobleme und so weiter und so fort. Alle möglichen Sorten von Problemen, die uns an Grenzen gebracht haben. Aber aufgeben oder das in Frage zu stellen, was ich mache, hier Menschen über ihre persönlichen Grenzen zu bringen, in eine persönliche Freiheit zu bringen, den Weg zu bringen, ihr Potenzial zu realisieren. Das hat nie zur Disposition gestanden und das wird auch nie zur Disposition stehen. Der Rahmen kann sich ändern, der Ort kann sich ändern. Manche Dinge ändern sich und ändern sich auch permanent, weil ich mich weiterentwickelte. Das hat sich sehr verändert. Die Arbeit ist sehr, sehr groß als der größten und vielleicht wichtigsten Institute in Deutschland mittlerweile. Viel im Bereich Männerseminare, Tantra sind wir Marktführer. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das wird man automatisch, wenn man das verfolgt, was eine Lebensaufgabe ist, wo man einen Ruf spürt und man weiß, das mache ich um jeden Preis weiter. Das ist mir so wichtig. Und wie gesagt, ich lebe in einer sehr, sehr glücklichen Lage, immer wieder diese Gesichter, die Menschen zu sehen, wie die schon nach kurzer Zeit persönliche Entwicklungssprünge machen, sich befreien können. Und das ist viel, viel mehr wert als all die Zahlungseingänge auf dem Konto oder die Likes unter meinen YouTubes Videos und so weiter. Beides braucht es auch. Ja, es braucht auch Männer, die diese Podcasts hören. Es braucht auch Konto, Zahlungseingänge. Ja, aber das Entscheidende ist zu sehen, immer wieder die Bestätigung, ich bin an der Sinnhaftigkeit meines Lebens dran. Und so pragmatisch sehe ich die Frage. Es ist keine philosophische Frage. Ja, ich kann jetzt sagen, die Sinn ist die Erleuchtung, ist jetzt auch nicht falsch. Ja, aber es ist halt sehr weit weg. Und eine Sinnhaftigkeit, die auch in das konkrete Tun hineinwirkt, die ethisch-moralische Verhaltensweisen impliziert, die einen beruflichen Weg, eine Berufung impliziert, ist für mich ein pragmatischer Sinn des Lebens. Und dahin führe ich die Menschen nicht in eine, ja, spirituell oder esoterische Antwort oder eine philosophische Antwort. Das finde ich nicht wirklich befriedigend, sondern etwas, was sehr konkret ist. Also, wenn diese Frage, was ist der Sinn des Lebens, dich umtreibt, was ist der Sinn meines Lebens, etwas mit dir macht, dann bist du bei mir und natürlich auch mit Laila in unseren Tantra-Seminaren sehr herzlich willkommen. Ich wünsche dir eine Woche voller sinnhafter Momente und hoffe, dich inspirieren zu können auf der Suche nach deinem persönlichen Sinn. Schrittläufe Musik 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 Musik